Ich habe einen Saul ab dem Ski angezogen. Boah! Ich bin überall. Ich bin überall. Ich bin überall. Ich habe einen. Ich habe einen blauen. Ich habe einen blauen. Ich habe einen so farbigen. Ja, ich habe einen blauen. Hast du einen Profi gehabt? Nein. Ich werde wiederholen. Dann kannst du mal einen Profi. Für den Ski-Advent. Das ist blau. Aha! Ah, das ist cool. Das ist eine klare Überschrift. Wie ist es? Wie ist es? Genau hier ist es. Nein. Ich habe noch ein Ding oben dran. Ich habe es ganz verstanden. Ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht. Es ist auch kein schöner Weg. Es war nicht immer so steinig. Es war schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja. Es ist wie eine Schlöcklinie. Sie hat zwar schon verkauft, aber sie ist noch in Bauer. Der erste ist schon eine. Da hat sie aber nicht viel Sessel. Wie ist das? Sie kommen jetzt in Bauer. Tragisch sind sie. Tragisch sind sie. Alles gut. Es könnte so zwei Sessel sein. Könnt ihr doch nehmen. Ja. 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 Wir haben heute noch mehr gemacht, wie gestern. Jetzt ist einfach ein Flussgester bekommen. Ist das eine Äpfel, du würdest? Also, wir sind noch frei. Hast du noch ein Dritter? Ja. Ja. Es ist nur ein tiefes Langgang. Heute haben wir eine Pause. Wir haben eine Pause. Wir haben eine Marke. Wir haben eine Marke. Wenn wir wegschlafen, dann muss man sich nicht so schnell. Und wir haben immer das Gefühl, wir haben eine Sekunde zu mir. Aber jetzt wissen wir, dass die Wanderwege sind. Der ist in Ordnung, der ist nicht mehr so langgegangen. Ich habe noch gesagt, ich gebe mir ein bisschen... Wir haben ja keinen Sturm. Ja. 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 Ja.